Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Death Coming. So, dann nehmen wir uns mal hier die wundersame Weihnachtswelt vor. Okay, diese eisige Kraft ist sowohl faul als auch fair. Also, das sagt man glaube ich so faul und fair. Was? Three minutes later Blizzard? Heißt das, der kommt jetzt? Ach, okay. In manchen Leveln, wie in dieser Stadt, gibt es Wetterveränderungen und die haben dann einen Einfluss auf die Todesfallen und auf die Leute. Aha, du solltest deine Morde basierend dem Wetter anpassen. Vor allem vor und nach dem Schnee. Oha. Das riecht nach einem Schatz. Teile ihn mit deinem Homie. Hey, der sieht aus wie Tuxedo Mask. Okay, schon wieder so, Liebe. Diesmal holen wir uns den Stern. W-w-wieso suchen die das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, jetzt kommen Polizisten. Okay. Hey, das ist alles eben schon von meiner Zeit abgegangen, ja? Okay, dann gucken wir doch erstmal. Müssen wir ja sowieso erstmal. Ah, okay. Train Signal schon mal. Use the clock to summon a blizzard. Ach, dann können wir den schneller holen, wenn wir nicht so lange warten wollen. Okay, hier haben wir einen. Wow, da ist gerade jemand am Bohren im Haus. Das hier. Das natürlich, wie immer. Okay, das Rentier aber nicht. Okay, ein Hotdog-Stand, da kann man aber scheinbar nichts mit machen. Das natürlich, aber klar. Und das hier. Und hier, Merry Christmas, der Stern. Hier. Oh, geil, eine heiße Quelle. Autsch, dieser Mond. Oh, scheiße. Da können wir richtig heißes Wasser und dann verglühen die wahrscheinlich. Ah, okay. Der bewacht das und deswegen kommt der Dieb nicht ran. Alles klar. Okay, das ist schwer zu öffnen, sobald es zu ist. Hm. Interessant. Müssen wir mal gucken, wie wir das zu unserem Vorteil nutzen können. Dann, diese Klappe wieder. Da ist nochmal ein Schild. Da ist wieder eine Klappe. Ist hier mit irgendwas? Mit dem Vordach? Nee. Ah, hier nochmal. Und diese Luftballons auch. Okay, die sollten nicht gegen etwas stoßen. Interessant. Blumentöpfe. Wir haben schon 14 von 35. Hier ist scheinbar nicht so viel. Oh, krass. Ah. Okay, das darf man nicht zu häufig verwenden, wenn kalt ist, das Wetter. Müssen wir mal gucken, wie wir das wieder zu unserem Vorteil nutzen können. Ist hier hinten gar nichts? Ach, das noch. Ah, die Spieler versammeln sich darum, wenn es nicht richtig funktioniert. Gut zu wissen. Okay, das geht nicht. Was haben wir hier? Da ist noch die Glocke, aber die wird auch wieder bewacht. Can't touch the emergency switch. Wo ist der denn? Das hier nochmal? Ah. Oh, oh. Oh nein. Die kann man bestimmt einfach runterkicken, die Armen. Wo ist denn der emergency switch? Okay, das hier ist er. Aha. Aber kommen wir natürlich nicht ran, solange Mitarbeiter vor Ort sind. Oh, okay. Damit kann man große Fische fangen. Das sieht nach einem Hai aus. Wahrscheinlich können wir den hier rüber locken. Oh, oh. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Diese Brücke ist nämlich kaputt. Ähm. Okay. Wo könnte noch was sein? Oh, jetzt schneit es tatsächlich. Ich liebe Schneestürme, denn dann können neue Unfälle geschehen. Du solltest auf deine Umgebung achten und mit deiner Aufgabe fortfahren. Heißt das, ich kann das jetzt das Eis hiermit aber auch wieder weg machen? Nee, nee. Das bleibt jetzt, glaube ich. Okay. Hier ist jetzt noch ein Snowman. Ah, das geht jetzt natürlich nicht mehr auf. Es ist so kalt, dass das Wasser vermutlich sofort gefrieren wird. Das ist ja interessant. Und jetzt spielen die hier auch. Okay. Wenn das mal functiont, sammeln die sich alle da rum? Wenn das mal functiont, das ist mal richtiges Deutsch, ne? Ach, da ist ja der Dieb. Den soll ich umbringen. Ich mag den aber irgendwie. Oh, da. Seht ihr das? Kann jederzeit runterfallen. Hm. You can fool the cops by putting on the disguise. Okay. Aber erstmal muss ich noch herausfinden. Ach, das ist jetzt eingefroren. Geht auch nicht mehr. Ey, es fehlen noch zehn Sachen. Wie kann denn das sein? Was ist das? Das ist ja riesig. Ah, okay. Manche Todesteilen kann man nicht finden. Bevor nicht gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Oh, aber hier ist noch ein Schild. Ach, und noch eine andere. Die da. Ah, okay. Das kann man auch getrennt davon betätigen. Wo ist denn hier so was riesiges, rundes? Ähm. Das gibt's doch nicht. Welches ist das? Das hatte ich ja schon. Moment. Ah, dieses Schild, glaube ich auch. Ah, wenn man das entfernt, dann wird der Schuss natürlich einen Menschen treffen. Sehr schön. Ah, hier haben wir dieses Ding für die Durchsage. Ich glaube, das ist hier. Train in Formation. Okay. Der hört das sofort. Dann würde er da weggehen. Und dann könnte ich wahrscheinlich das hier betätigen. Aber wann möchte ich das denn betätigen? Oh, was geht da eigentlich ab? Ah, wenn wir das schließen, wird das alte Auto von selbst losfahren. Oha. Okay, was haben wir hier denn noch? Da ist eigentlich noch so zumindest noch ein Gitter und irgendwas Quadratisches und eine Leiter. Also doch noch ein paar Sachen. Ich gehe mal näher ran. Oh, okay. Hot Spring Sign noch. Was macht die denn da? Äh. Okay, was könnte noch sein? Das alles nicht? Ach, nee. Irgendwas sah halt noch nach. Vielleicht das hier? Nee, das haben wir. Oh, da ist eine Luke oben drauf. Ach, hier vielleicht irgendwo? Ah, okay. Ah, sonst... Ah, die kommen sonst auf die Straße und dann können sie überfahren werden. Autsch. Das ist ja nicht so angenehm. Was ist hier? Ach so. Stimmt ja. Kann ich ja nicht finden. Okay, dann fehlt in dieser Version der Stadt sowieso nur noch irgendwo so ein kleines Gitter scheinbar. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, danach suchen zu wollen. Aber da... Oh. Ah, hier. Ja, geil. Da kann man einen ganz dünnen Riss sehen. Oh, okay. Hole in the Eyes auch. Hey, dann sind die ja doch schon zu finden. Was ist das riesige Runde dann? Und wo ist die Leiter? Das riesige Runde Ding. Das muss so enorm riesig sein. Deswegen übersehe ich es wahrscheinlich. Merry Christmas. Bis ich wen umgebracht habe. Muahaha. Hm. Creaking Noise. Mann, Mann, Mann. Ich bringe jetzt mal wen um. Wird mal Zeit. Okay, das geht nicht. Und das ja sowieso nicht. Schade. Okay. Aber was bringt es, wenn die sich ja alle versammeln? Ich kann sie ja nicht umbringen. Okay. Fehlfunktion. Aber das bringt nichts. Wie hast du es geschafft, darauf zu klicken? Tja, ich bin gut. Hm. Irgendwie müsste ich jetzt halt schaffen, dass es nicht mehr gefroren ist. Aber scheinbar geht das ja nicht. Weil dann würden alle doch in dem Wasser untergehen? Oder denke ich dazu kompliziert? Ja, geil. Da haben wir auch noch mal ein paar umgebracht. Aber so richtig cool ist das halt momentan nicht, ne? So werden wir halt nicht weit kommen, glaube ich. Okay. Hier kann ich aber nichts machen. Obwohl er abgelenkt ist, ist ihm das ziemlich egal. Okay, die fallen dann halt einfach rein. Wir müssen sowieso erst mal ein bisschen ausprobieren. Oh, guck mal. Da kommt Fisch aus dem Wasser. Tja. Dann können wir die alle umbringen. Oh. Ah, aber jetzt könnten die darauf ausrutschen, oder? Das wäre doch auch eine ziemliche Todesfalle, finde ich. Könnte funktionieren. Aber was ist hiermit? Warum kann ich das nicht machen? Wenn er doch hier dann abgelenkt ist. Oder muss ich ihn noch umbringen? Aber womit? Oh Gott, diese Geräusche. Ah. Verstehe. Okay. So habe ich die also umgebracht. Jetzt ist alles klar. Okay, und was haben wir hier? Aber da ist ja gerade keiner. Das ist ja langweilig, ne? Moment. Das machen wir gleich wieder. Nein. Nein. Okay, ein bisschen später. Was haben wir hier denn noch so? Ja, das kriege ich leider einfach nicht hin. Ah, okay. Das ist ihm ziemlich egal. Ah, jetzt kann er das sich holen. Und dann bringt er das wahrscheinlich zu seinem Boss. Ah, okay. Jetzt braucht er nur noch die Glocke. Und dann kann er sich scheinbar verkleiden und da rankommen. Ja, das bringt halt nichts. Das ist denen ja ziemlich egal. Das ist halt freezing. Okay. Hm. Ja. Pretty girls. Hier kann ich nichts machen, ne? Ah, was bringt das denn? Dass sie nicht reinkommen? Ah, vielleicht. Wartet mal. Wir machen das kurz bevor... ...ich das eisige Wasser anschmeiße. Zu. Und dann können sie nicht rein? Und dann erfrieren sie? Ja, ist wirklich so. Sie erfrieren. Okay, verstehe. Da können wir natürlich dann noch einige mit umbringen. Okay. Gut, das müssen wir uns merken. So, hier ist auch nochmal wer erledigt. Super. Da brennt's wieder. Wenn man das super nennen kann. Äh. Okay. Was haben wir hier denn? Ach, verflixt. Ja, hier wird das aber immer noch beschützt. Und der wird ja wohl nicht da drauf fallen, ne? Ach, das kann ich aber auch nicht. Mal gucken hier. Ich mach gleich... ...auf, sobald... ...hier welche... ...auf der Gerade sind. Was? Das ist denen egal? Ah, okay. Jetzt wahrscheinlich mit dem Eis. Und jetzt wäre grün. Oh nein, es ist schon verschwunden. Oh Gott, ist das kompliziert. Oh, Moment. Ach so, wann der nächste Zug ankommt. Ach so. Und was passiert jetzt? Jetzt fährt er weiter. Okay. Meine Güte, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ah, okay. Das geht nicht mehr kaputt. Es ist halt zugefroren. Tja, also so schaffen wir das nicht, ne? Und? Ja, da muss schon wer hinter stehen. Ich glaub, sonst bringt das nix. Okay, die können wir auch nochmal umbringen. Aber wir werden das auf keinen Fall schaffen diesmal beim ersten Mal. Und das hier verstehe ich auch gar nicht. Okay, damit haben wir jetzt einen umgebracht. Zwei. Aber dann gehen die da rüber und dann passiert ja nix. Außer ich könnte hier für einen großen Unfall sorgen. Vielleicht soll man das hier auch. Vielleicht hat das was mit diesem riesigen Kreis zu tun. den ich nicht sehe. Vielleicht muss der Mond hier drauf fallen oder so. Oder dieses ganze Ding hier. Oder ich muss eine Lawine auslösen. Das ist gemein. Oh, woher kriege ich denn eine Shockwave? Das ist ja leichter gesagt als getan. Jetzt ist grün. Ne, jetzt rot. Aber es kommt ja sowieso kein Auto. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier machen soll. Das ist ja voll boring. Okay, also wenn die vorbeilaufen, kann ich sie damit erwischen. Tja, viel ist hier ja echt nicht mehr. Too cold, I will never go out. Was ist hier mit denn? Gucken wir mal. Mit was könnte das denn? Try not to hit anything. Aber hier war doch auch gar nichts, oder? Mit dem das kollidieren hätte können. Sozusagen. Okay. Ja, ich weiß nichts mehr. Ehrlich gesagt, ich bin gerade total überfragt. Das hier habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich kann ihn zwar hier rüber holen. Ah. Wahrscheinlich damit. Weil sonst habe ich hier ja nichts. Aber wenn das weg ist, ist das ja weg. Dann kann ich ihn nicht mehr umbringen. Ah, es wird ein... Ah, es wächst nach. Komm. Okay, jetzt ist er tot. Soll ich jetzt... Von jetzt an Nachtschichten machen? Okay. So. Okay, haben wir gerade Probleme. Okay, der Zug kann die Station nicht verlassen, wenn das kaputt ist. Das ist ja schade. Oder? Doch, du musst ja worryn. Der Zug fährt nämlich nicht mehr. Okay, jetzt ist er also da... Er sitzt da fest. Und nun? Ach, jetzt kommt ein weiterer Zug. Und was passiert gleich? Okay, der Zug wartet da. Weil der natürlich nicht weiterfahren kann. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Kommt noch ein Zug dann? Kann ich damit irgendwas machen? Wahrscheinlich wäre mega geil, wenn diese Avalanche hier den ganzen Weg entlang fahren könnte. Ah, den kann ich wahrscheinlich noch umbringen. Moment. Das war ja ziemlich cool. Hm. Ich weiß nur nicht, was wir jetzt hier noch machen könnten. Okay, hier können wir halt ändern. Aber wie gesagt, es kommen sehr wenige Autos eigentlich vorbei. Too cold. Oh, hier kann man das nochmal runterfallen lassen. Kann man hier noch irgendwas machen? Okay, hier haben wir eigentlich auch alles verwendet. Hier kann ich manchmal... Okay, da komme ich leider nicht ran. Ach, da. Oh mein Gott. Den kann ich wahrscheinlich noch umbringen, wenn er hierher kommt. Und direkt hier drunter steht. Er steht aber leider nicht hier drunter. Aber vielleicht kommt er gleich noch rüber. Dann könnten wir die Glocke besorgen. Oh Gott. Die Engel kommen. Aber immerhin sind wir mal noch ein Stück vorangekommen. Dieses Level ist echt schwer. Ach so, das wollte er. Aber... Nein! Oh, das war perfekt. Genau so. Geil. Das hat ja super gut geklappt. Wie viel wird die Beerdigung kosten? Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt haben wir die Glocke. Jetzt kriegt Tuxedo Mask die Glocke. Wir haben knapp die Hälfte der Toten erst. Und was ist jetzt? Ja, dann zieh sie mal an. Huch! Aha. Und nun? Ah, da ist die... Oh, was ist das denn jetzt? Ähm... Ohohoho! Ah! Hä? Jetzt ist ja gar nichts passiert. Scheiße. Aber eigentlich ergibt das Sinn, oder? Okay. Okay. Oh! Oh, okay. Krass, alles klar. Wir haben für ziemlich Chaos gesorgt. Wieso ist das wieder da? Ich dachte, wir wären alle tot. Moment, wo bist du denn jetzt? Aha! Vielleicht klappt das jetzt hier? Aha, jetzt ist er tot. Okay. Es gibt keinen Schatz, den ich nicht erwischen kann. Ich bin der beste Tomb Raider. Okay, natürlich noch mehr Engel. Jetzt müssen die sich aber bitte alle hier versammeln. Wow! Was war das denn? Vielleicht schaffen wir das Level ja doch noch. Wie viele waren das jetzt? Und sind die schon eingerechnet worden? Okay, 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 okay. 50. Oh je, uns fehlen noch 15. Hier sind aber wenige Möglichkeiten nur noch wirklich zum Umbringen, muss ich leider sagen. So. Okay, er wird sich jetzt irgendwo verstecken und nie mehr zurückkehren, hat er gesagt. Hm. Hm, tja. Das ist so komisch mit den Zügen. Dass man hier nichts machen kann. Kann man jetzt hier vielleicht noch was? Hm. Kann man eigentlich nichts mehr bewirken, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Und das hier hätte man früher aufmachen müssen. Ah, ich glaube, das verstehe ich jetzt mit diesen Dingern. Die muss man früher öffnen, dann kann man... Oh, Moment, vielleicht können wir... Oder da. Ach, verdammt. Okay, da haben wir noch einen umgebracht. Aber so werden wir nicht weit kommen. Da noch einen. Hier können wir leider nichts machen weiter. Ähm. Genau, dann kann man nämlich immer dafür sorgen, dass die Leute dann darauf schön ausrutschen. Das ist natürlich geil. Wieso ist die immer überall, ey? Kann hier nochmal wer vorbeikommen? Böde. Aber das wird nicht reichen. Wir brauchen noch so viele. Leider. Und irgendwie fehlt uns noch die Sprengen... Ah, Moment. Hier können wir aber nochmal welche umbringen. Mal gucken. Bitte noch mehr, noch mehr. Immer her damit. Ja, geil. Mein Gott. Vielleicht klappt es ja doch noch. Kommt noch mehr, kommt noch mehr. Okay. Na? Will nicht noch jemand? Ich habe doch bestimmt Lust. Oh, Mann. Komm hier leider nicht rein. Oh, da ist der Clown. Okay, also hier kommt gerade leider keiner mehr. Wie viele brauchen wir denn noch? Jetzt noch acht. Hier ist nichts mehr. Tja. Oh, so kurz. Komm, Ziel. Okay, da nochmal zwei. Oh. Jetzt brauchen wir nur noch... Oh, Mann. Da ist nochmal wer. Kommt doch hier rüber. Bitte. Oh, Mann. Ja. Nein. Der ist nicht interessiert. Ich glaube, das ist der gleiche Typ, der vorhin schon hier rumgelaufen ist. Dieser Verräter. Oh. Oh, geil. Okay. Noch einen. Ach, wir haben aber nichts mehr, oder? Hier wäre noch was. Aber wir brauchen noch vier Leute. Das reicht ja nicht. Und das hier bringt auch nichts mehr. Hier. Oh. Nein. Oh, ich bin so dumm. Jetzt habe ich es vergeudet. Okay. Hier ist noch eins. Habe ich beide getötet? Ne, leider nur einen. Okay. Leider nur einen. Welche Enttäuschung. Ich habe nur einen umgebracht. Hier geht leider nichts weiter. Merry Christmas nur. Also da könnte halt noch wer langlaufen, aber... Ach, schade, dass hier aber auch keiner mehr... Okay. Ach. Okay, der ist kaputt gegangen sowieso. Der funktioniert gar nicht mehr. Ach, verflixt. Haben wir nicht geschafft, ne? Hier wäre noch eins. Aber da läuft nie wer lang. Hier ist halt noch eins. Aber ich glaube, da läuft inzwischen auch keiner mehr lang. Das ist von niemandem mehr seine natürliche Laufstrecke. Kann man hier noch irgendwas? Ne, leider nicht. Hä? Ach, der hat sich jetzt so verkleidet? Das ist ja schlau. Hey, den hätte ich wahrscheinlich erwischt, oder? Ich gucke mal, ob der gleich hier nochmal durchläuft. Oh, geil. Uh, geil. Das ist ja super. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Hm. Und? Okay. Hm. Ah, okay. Das wurde repariert. Ja, da geht nichts mehr. Ach, verdammt. Ne, ist ja eingefroren. Scheiße. Vielleicht kommt die ja jetzt rüber. Zu mir. Hierher. Gucken wir mal. Bitte, bitte, bitte. Oh. Komm hierher. Komm hierher. Oh mein Gott, komm. Oh mein Gott, es hat noch geklappt. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott. Ich habe eben noch so lange gesucht. Ich habe das bestimmt ein bisschen geschnitten, weil ich nichts gefunden habe. Ja, bitte. Wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Und haben ewig gebraucht. Aber egal, Hauptsache, wir haben es geschafft. Ey, man kann 92 Leute umbringen. Wie soll das denn möglich sein? Na gut, ihr Lieben. Als nächstes kommt dann scheinbar der Hafen oder so. Geil. Kriegen wir auch wieder hin irgendwie. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge von Death Coming dann wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.